Der Weg ist frei. Diesem Drachen ist bestimmt der Schreck in die Schuppen gefahren. Wenn wir dem Drachen nahe kommen, geht's um Leben und Tod. Verstanden? Ja, Vater. Na los! Feind-Action! Shihou! Echte Seite! Grre! 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 Groh! Gindel! Oh, 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 oh. Lass dich nicht unterkriegen, du Schassers! Achtung hinter dir, Bruder! Verdammt doch mal! Lass uns runter, noch Ratscher! Achtung hinter dir! Achtung hinter dir! Achtung hinter dir! Achtung! Das ist kalt genug. Erledigt. Und damit sollten wir etwa die Hälfte der Drachen im Krater erledigt haben. Hm. Ich kann die Vögel hören. Sie feuern uns an. Sehr schön. Okay. Ja! Untertitelung des ZDF, 2020